Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 556. Mein Name ist René außerdem, heute mit dabei die Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Basti. Gude und Grüße. Ja, mal wieder eine andere Konstellation, nachdem die beiden Herren, die die letzten zwei Wochen da waren, sich beide in Kurzurlaub verabschiedet haben. Oder der eine in Kurzurlaub, der andere in Langurlaub. Aber ich bin sehr froh, dann heute mit euch beiden hier über die Eintracht zu sprechen und auch mal so ein bisschen zu sehen, wie ihr die Dinge vielleicht einschätzt. Bevor wir dazu kommen, natürlich wie immer, meine lieben Damen und Herren, ein bisschen Hausmitteilung am Anfang. Ich habe am Wochenende die Steuer gemacht. Kleiner Servicehinweis, bis zum Ende des Monats müsst ihr die Steuererklärung fürs letzte Jahr noch abgegeben haben, falls ihr das noch nicht getan habt. Und da ist mir aufgefallen, dass die Hörer und höheren Spenden so ein bisschen zurückgegangen sind. Ich will jetzt nicht groß irgendwie jammern, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir zum Großteil durch euch da draußen finanziert sind. Und da sind wir sehr dankbar für und wir würden uns freuen, wenn das auch in diesem Jahr oder in dieser Saison weitergeht. Da könnt ihr auch mit kleinen regelmäßigen Beiträgen einfach helfen, dass wir hier ein bisschen besser unterwegs sind und gut planen können. Wir freuen uns aber auch natürlich genauso über einmalige Spenden. Und da sind seit der letzten Sendung der Sebastian, der Gunnar, der Erik, der André und die Nicole mit kleinen Spenden um die Ecke gekommen. Dafür geht der Dank stellvertretend eben an die raus. Und falls ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. So, und jetzt reden wir über die Eintracht und bevor wir gleich im Detail über die Geschehnissen seit der letzten Folge und das Spiel und das vergangene Spiel und das kommende Spiel sprechen, würde mich mal interessieren, mit welcher Stimmungslage seid ihr beide denn bislang so in die Saison reingeslidet? Patricia, fang du doch mal an. Ich bin überraschend reingeslidet, weil ich war noch nicht bereit. Hast du nicht damit gerechnet, dass nach drei Monaten Sommerpause endlich wieder Fußball kommt? Nee, weil die Sau schnell rumging, habe ich das Gefühl. Also mein Sommer war auch relativ voll, muss ich sagen. Also es war ja EM, dann war Olympia und ich habe auch während Olympias das ganze Turnier tatsächlich durchgearbeitet. Von daher war ich gut abgelenkt in der Sommerpause und habe extrem wenig Fußball-News mitbekommen, also nach der EM. Von daher, das war relativ entspannt, muss man sagen. Und dann war es aber auch schon so weit, dann war dieses Valencia-Testspiel, was ich auch nur so am Rande mitbekommen habe. Und dann ging es jetzt los mit dem DFB-Pokal und jetzt sind wir halt irgendwie schon am Saisonanfang und es geht los. Das erste Pflichtspiel ist durch und ich muss das, glaube ich, erstmal noch realisieren. Also ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Okay, also unser Auftrag heute ist auch, dich so ein bisschen in die Saison reinzugleiten. Ja. Okay, dann mal sehen, ob wir dieser Aufgabe gerecht werden können. Basti, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du stimmungsmäßig bislang in die Saison gekommen? Relativ entspannt, muss ich sagen. Ich habe mir so einen gewissen Zwangsoptimismus verordnet. Okay. Um so ein bisschen die leicht negative Stimmung aus der letzten Saison selber auch loszuwerden. Und ich finde auch genug Anlässe, ehrlich gesagt. Es gibt interessante Transfers, es gibt interessante Spieler, es gibt viele Spieler, die ich geil finde, die geblieben sind. Was auch nicht immer komplett selbstverständlich ist bei der Eintracht. Zumindest nicht in der Anzahl, wie es diesen Sommer noch ist. Ja. Und ansonsten, ich bin noch guter Dinge. So, das heißt nicht, dass ich nicht weiß, dass es gewisse Gefahren gibt und gewisse Fragezeichen, die sich vielleicht dieses Jahr in Ausrufezeichen oder noch mehr Fragezeichen verwandeln werden. Aber, wenn du mich heute fragst, habe ich Bock? Ja, sehr schön. Ich frage dich heute und wir wissen ja alle, da sind noch zwei Wochen Transferfenster und da können noch Dinge passieren. Das ist halt so ein bisschen das Ding, was Saisonstart betrifft. Also, eigentlich, wenn man ehrlich ist, wartet man immer auf den Deadline-Day und danach weiß man, okay, das ist die Mannschaft, so und so schätze ich die Lage ein und let's go. Ja, genau. Ich habe auch, wann habe ich denn darüber nachgedacht? Ach ja, genau, als ich die Rasenfunk-Saison-Vorschau gehört habe und wo ich dann auch kurz darüber nachgedacht habe, so, sollten wir hier vielleicht auch irgendwas so wie Tabellentipp machen oder so tippen, auf welchen Platz kommt die Eintracht, wo ich mir dann gedacht habe, so, nee, eigentlich macht das noch überhaupt keinen Sinn. Erstens wissen wir noch nicht, wie die Mannschaft tatsächlich unterwegs ist und zweitens wissen wir auch noch gar nicht so richtig, ob das Spielsystem tatsächlich dann jetzt auch wirkt. Also, da würde ich erstmal noch so, ja, fünfter, sechster, siebter Spieltag irgendwie warten, dann kann man, glaube ich, verlässlicher irgendwie sagen, wo es am Ende dann vielleicht hingehen kann. Aber ist ja schön, dass ihr zumindestens mit dem Wissen, was ihr bislang habt oder mit dem, was ihr bislang verfolgt habt, doch sehr positiv in die Saison reinkommt. Wie positiv hat euch denn das Ergebnis der Kapitänswahl gemacht? Kevin Trapp wurde als neuer Kapitän gewählt. Es gibt zwei erste Vertreter, Robin Koch und Mario Götze, wobei Robin Koch, glaube ich, auch derjenige ist, so habe ich das verstanden, der dann auch aufgrund der neuen DFB-Regel dann als einziger die Gespräche mit dem Schiedsrichter führen darf. Wie zufrieden macht euch denn die Kapitänswahl, Basti? Ich finde es okay, ich finde es ein wichtiges Zeichen, weil wenn man sich für Kevin Trapp entscheidet, bei all den Diskussionen, dann ist das für mich eigentlich der logische Kapitän. Der ist von denjenigen, die absolute Starter sind, auch derjenige, der am längsten da ist und der vielleicht dann den Leuten, die jetzt noch nicht so lange da sind, von denen wir sehr, sehr viele haben, weil ja eine hohe Fluktuation da war, ja, vielleicht so ein bisschen näher bringen kann, worum es hier in diesem Verein geht. Er hat ja dann mit Timmy Chandler auch noch jemanden an der Seite, der das auch integrativ übernehmen kann, aber für mich ist er das Gesicht der Eintracht auf dem Platz und dann ist die Wahl für mich logisch. Bei dieser Auswahl von demjenigen, der mit dem Schiedsrichter sprechen darf, gibt es zwei Ideen, die ich eigentlich hatte. Eigentlich wäre es gut, wenn man Mario Götze dieses Amt gibt, weil er eh die ganze Zeit mit dem Schiedsrichter spricht. Ja. Gleichzeitig verstehe ich es auch, dass man ihn nicht mit dem Schiedsrichter sprechen lassen will, weil in der Vergangenheit gab es die ein oder andere gelbe Karte dafür. Deswegen ist wahrscheinlich Robin Koch die vernünftigere Variante. Und man sollte Mario Götze dann sagen, Digga, jetzt darfst du halt gar nicht mehr mit dem Schiedsrichter sprechen und vielleicht ist das auch besser. Ja, wenn das klappt. Ich hoffe, das klappt, weil sonst gibt es dann erst recht gelbe Karten für jeden Mucks, den er von sich gibt. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das funktionieren wird. Aber nee, du hast schon recht, die besondere Wahl ist auf jeden Fall Robin Koch, weil ich weiß nicht, wie konstruktiv diese Gespräche werden, wenn Mario Götze die ganze Zeit die Kommunikation übernimmt. Du hast es in Braunschweig, gab es eine Szene, da ist Mario Götze vermeintlich gefault worden. Und da hast du schon gesehen, wie er sich selber abrollen musste, weg vom Schiri, weil er dann gemerkt hat, ach scheiße, darf ich ja gar nicht mehr. Das war schon sehr, sehr lustig. Ich bin gespannt, ob das diese Saison eine Rolle spielen wird, aber ich traue Mario Götze in seiner Professionalität auch zu. Ja, glaube ich auch. Das ist ja keine Ahnung. Man kann das ja irgendwie anders kanalisieren. Dann musst du halt einen Mitspieler auswählen, wo Mario Götze immer hingehen darf und dann soll er sich bei ihm auskotzen. Ich wollte gerade sagen, dann muss er halt, weiß ich nicht, hier Christensen anschreien, der kann da auch wegstecken. Oder geht zu Robin Koch und sagt, sag ihm das, sag ihm das, sag ihm das. Ich glaube, dass das auch mit einer Entscheidung oder ein Grund für die Entscheidung Robin Koch war, weil im Zweifelsfall natürlich dann auch Kevin Trapp und Robin Koch sich da ja auch irgendwie verständigen müssen. Und die sind nur mal qua ihrer Spielrollen und Positionen dichter aneinander als jetzt irgendwie ein Mario Götze. Das könnte vielleicht an der Stelle auch noch irgendwie so ein Minigrund mit dabei gewesen sein. Ich finde aber auch die Wahl an sich gut. Ich glaube schon, dass Robin Koch da auch von seiner Art und Weise diese Gespräche ganz gut führen kann. Und ich glaube, es passt auch ganz gut zu der Aussage, die Topmüller ja auch in der Reflexion der letzten Saison getroffen hat, wo es ja auch so ein bisschen um dieses Thema ging, wo er auch gesagt hat, dass eben Führungsspieler oder die, die halt Führungsspieler sein sollen, da auch mehr in die Verantwortung gehen sollen. Und das ist, glaube ich, dann auch eine ganz klare Aussage in Richtung Robin Koch, so nach dem Motto, du bist hier mit einer der wichtigen Führungsspieler. Du hast jetzt hier auch diese Rolle und ich möchte bitte, dass du das auch wahrnimmst. Und also allein deswegen ist das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, Kevin muss halt die Saison aber trotzdem jetzt liefern auch, ne? Ja. Ich glaube, dass es für ihn wichtig ist, wenn er sportlich halt einfach auch wieder, ja, in seine Normalform kommt, sage ich mal. Den einen oder anderen Fehler wird man nie vermeiden können. Aber dass halt einfach, ja, er gestärkt dieses Kapitänsamt ausführen kann und keine sportlichen Diskussionen irgendwie ablenken. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn sich beide Seiten da irgendwie ein bisschen beruhigen würden. Und er einfach vielleicht ein bisschen konstanter, vielleicht auch verletzungsfreier. Und die Leute, ja, Dino Topmüller und Kevin Trapp und allen zutrauen, dass die einplanen, in welcher Situation Kevin Trapp angespielt werden sollte und in welcher vielleicht nicht. Also, von daher, ich glaube schon, dass man es schaffen kann, eine Saison zu basteln, wo Kevin Trapp seine kompletten Stärken ausspielen kann. Ja, ich meine, man hat ja sich auch dafür entschieden, ihn weiterhin da als Torwart zu sehen. Man hätte ja auch die Möglichkeit sicherlich gehabt, auch an dieser Position Veränderungen im Personalkörper vorzunehmen. Das hat man bewusst nicht getan. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man das jetzt nicht getan hat, ohne zu wissen, was der Spieler kann und was nicht. So, und von daher ist das schon irgendwie meiner Meinung nach im System und in der ganzen Art und Weise irgendwie mit drin. So würde ich zumindest mal davon ausgehen oder hoffen, dass das so ist. Wie auch immer man das jetzt final formulieren möchte. Ja, dann gab es natürlich auch nochmal, wenn wir schon gerade bei Veränderungen im Personalkörper sind, Veränderungen, die passiert sind. Die Eintracht hat einen Nachfolger für Willian Paco verpflichtet. Es ist nicht der Mensch aus Griechenland geworden. Da war dann irgendwie Wolfsburg mit der größeren Geldschatulle unterwegs. Aber wir haben leihweise mit Kaufoptionen, Kaufverpflichtungen, wie auch immer, Arthur Theat verpflichtet. Ich fand, das ist recht reibungslos abgelaufen. Man hat zwar gerüchteweise diesen Namen irgendwie mal gehört, aber an sich ging es dann relativ geräuschlos, schnell, professionell über den Tisch. Der Spieler wurde verpflichtet, leider ein bisschen zu spät verpflichtet oder ein bisschen zu spät bei der DFL gemeldet, weswegen er jetzt im DFB-Pokal nicht spielen konnte. Aber so alles in allem, würde ich sagen, ist das eine sinnvolle Verpflichtung? Oder wie siehst du das, Patricia? Ja, ich fand vor allem den Zeitpunkt gut der Verkündung. Also, dass das relativ schnell nach diesem geplatzten Kulierakis-Deal kam, weil das einfach dieser kompletten Diskussion den Wind aus den Segeln genommen hat. Also, es ging dann eigentlich gar nicht mehr so viel um diesen geplatzten Deal und dass der dann nach Wolfsburg geht. Ist ja alles okay, ist jetzt halt so. Sondern, hey, wir haben eine Option und wir haben den eingetütet und wir haben einen neuen Innenverteidiger. Und das fand ich stark. Und dann ist es ja auch noch ein Spieler, wo du dir denkst, das ist ein Kaliber, was du auch vor einigen Jahren noch nicht bekommen hättest. Ich meine, der hat sich jetzt bei der EM Stammplatz erspielt bei Belgien. Das ist ja auch keine Graupen-Mannschaft, auch wenn die jetzt nicht besonders gut abgeschnitten haben bei der EM. Aber trotzdem, Belgien ist schon eine starke Mannschaft an sich. Und dass du da einen Nationalstammspieler bekommst, ist, finde ich, schon ein Ausrufezeichen. Ja, also, wenn du überdenkst, er ist jetzt auch 24. Also, er ist jetzt auch noch nicht super alt, hat aber auch schon einiges an Erfahrung, hat eben neben der Ausbildung in verschiedensten belgischen Vereinen, hat er in Bologna gespielt, bei Startrennen, wie du sagst, er war jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und ist, glaube ich, auch einer, der uns nochmal ganz anders voranbringt, auch was dieses Thema Stabilität in der Innenverteidigung angeht. Und da hat man, können wir gleich nochmal sprechen, wenn wir über das Braunschweig-Spiel sprechen, da braucht es, glaube ich, dann auch nochmal so eine feste Konstellation da in der Innenverteidigung wieder, die dann auch regelmäßig spielt. Basti, wie siehst du denn den Transfer? Ich war auch froh, dass das schnell ging, weil ich war richtig sauer, ehrlich gesagt. Weil ich habe ja sowieso ein spezielles Verhältnis zum VfL Wolfsburg. Und das hat mir nicht so gut gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass der VfL Wolfsburg halt mit diesen sportlichen und auch meiner Meinung nach finanziellen Leistungen der letzten Jahre einfach in der Lage gewesen ist, die Eintracht zu überbieten. Natürlich kann das sein, dass die Eintracht auch nochmal hätte erhöhen können und alles mögliche. Aber dass der VfL Wolfsburg überhaupt in denselben Gewässern fischt, zeigt einem halt immer wieder auf, was für Vorteile solche Clubs haben. Die können einfach zehn Jahre Bullshit machen. Und im elften Jahr sind die trotzdem noch finanziell auf demselben Level wie du. Und die Eintracht hat wirklich sehr vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Und trotzdem kommst du wieder an den Punkt, wo du sagst, okay, es können Situationen entstehen, wo der VfL Wolfsburg dann halt immer noch in diesen Gewässern fischen kann. Und das nervt mich einfach. Es nervt einfach zu sehen, dass die Eintracht theoretisch machen kann, was sie will. Und du musst alles richtig machen, aber ist egal, weil der VfL Wolfsburg kann halt trotzdem immer wieder Spieler in diesem 10-20-Millionen-Bereich holen. Und während es bei der Eintracht halt immer klappen muss, beziehungsweise zu, sage ich mal, 70 Prozent klappen muss, weil du ansonsten in Schwierigkeiten gerätst. Und dann halt, siehe Gladbach, auch ganz schnell wieder abstürzen kannst. Also das war ein unglaubliches Ärgernis. Ist es auch immer noch, ehrlich gesagt. Aber gleichzeitig habe ich mich dann auch gefreut, dass die Eintracht wirklich dann, ja, fast jemanden geholt hat, wo du dir zumindest einreden kannst. Der ist ja vielleicht sogar noch besser. Und das war ein sehr wichtiges Zeichen, gerade nach den Namen, die da auch gegeistert sind. Wo ich dachte, boah, das wäre schon ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn der Deal nicht klappt. Und dann holst du meiner Meinung nach irgendwie einen mittelmäßigen Innenverteidiger. So hast du jetzt jemanden geholt, der auf jeden Fall interessant ist und der auf jeden Fall nochmal einen neuen Spirit in die Mannschaft bringen kann. Ja, und wie Patricia ja gesagt hat, hat sich da die Möglichkeit relativ kurzfristig oder wohl spontan ergeben, so wie ich das zumindest auch verstanden habe, auch aus der Pressekonferenz, dass die dann ja vor dem, nee, ich glaube nach dem Braunschweig-Spiel war es, also davor oder danach in irgendeiner, hatte Dino Topmüller dann auch gesagt, dass sich da plötzlich dann eine Tür aufgetan hat und dass man dann da quasi auch selbst so ein bisschen überrascht war, dass das dann auch so schnell ging, obwohl man an dem Spieler an sich, glaube ich, seit 2023 schon irgendwie so ein Stück weit dran ist oder zumindest in Kontakt steht. Also das ist auch dann jetzt ein Ergebnis von einer längerfristigen Planung und Beobachtung und wahrscheinlich auch immer wieder bemühen, dass man eben auch an solche Spieler dann rankommt. Also ich bin sehr gespannt auf Arthur Theat und wie sich das in der Innenverteidigung mit Robin Koch und dann vielleicht einer regelmäßig darstellenden Viererkette abbildet. Ja, und mit dem Wort Viererkette sind wir eigentlich auch schon dann quasi bei dem Braunschweig-Spiel, wo die Eintracht ja am Montagabend in einer Viererkette aufgelaufen ist. Bevor wir zu der Aufstellung kommen, Basti, du warst vor Ort, wie war es? Erste Auswärtsfahrt in der Pflichtspielsaison 24-25? War gut, wir hatten auf jeden Fall Bock, wir sind gut durchgekommen im Auto, was auch nicht selbstverständlich ist und ja, man hat schon gemerkt, dass lange nichts war und dass man lange nicht Auswärts war und dass man mal Bock hatte, wieder zu singen und dass man Bock hatte, diese Mannschaft mal im Wettkampf zu sehen und ja, dass auch diese Zeit des Gelabers vorbei ist und diese Spekulation und der ist der Gewinner der Vorbereitung und hier und da und Ananas. Und ich hatte einfach Bock, ich hatte Bock, weil ich auch irgendwie merkwürdig und ich hatte ein bisschen Angst, deswegen zuversichtlich war. Ich hab gedacht, nee, die sind hoffentlich sich dessen bewusst, dass sie zu stark sind und machen das einfach und ja, am Ende war es eine Auswärtsfahrt, wo ich einfach wieder Bock hatte zu singen. Der Auswärtsblock war geil, das Dach war direkt über uns, also es war ziemlich laut. Die Leute, die da waren, hatten richtig Bock, das hast du gemerkt und es hat schon gut getan, mal wieder 90 Minuten zu schreien, zu singen und mit einem Sieg nach Hause zu fahren. Ja, wenn du jetzt sagst, hoffentlich, also die Eintracht zu sehen, anzufeuern und hoffentlich wissen sie, dass sie besser sind. Wie war denn so dein Gefühl nach der ersten Halbzeit? Weil zumindestens bei mir so dieses klare, wir sind besser, hatte ich da nach der ersten Halbzeit, war nicht so ganz 100 Prozent bei mir da. Nee, man hatte schon leichte Flashbacks zur letzten Saison, wo man halt auch an einer anderen Stelle gefährlich kombiniert hat, aber irgendwie ist da nichts passiert. So, wo du gedacht hast, so Leute, let's go. Und dann hattest du natürlich das Gefühl, dass du gedacht hast, ey Leute, jetzt ist hier mindestens ein Stimmung mehr auf dem Platz, come on, so. Aber ich war dann so ein bisschen antizyklisch gegen den WhatsApp-Nachrichten, die ich so bekommen habe. In den verschiedenen Eintrachtgruppen, in denen man so ist, war die Stimmung tatsächlich dann schon wieder so negativ, dass ich das Gefühl hatte, so Leute, ein bisschen beruhigen müssen wir uns. Das ist eine Halbzeit, es ist auch nichts passiert, es steht 0 zu 0. Deswegen war ich nicht so erschüttert von dieser ersten Halbzeit wie vielleicht andere. Wohlwissend, dass die nicht gut war, aber meine Güte, es ist eine Halbzeit gewesen und ich hatte ja dann Glück, dass ich danach bestätigt wurde in meiner Gelassenheit. Patricia, wie viele aufgeregte WhatsApp-Nachrichten hast du in der Halbzeitpause bekommen? Ich hatte das gleiche Gefühl nur mit Twitter, als ich Twitter geöffnet habe oder X oder wie man es denn jetzt nennen mag. Weil da auch schon gefühlt wieder Weltuntergang war. Und da dachte ich mir so, da hatte ich, glaube ich, den gleichen Effekt, den Basti mit seinen WhatsApp-Nachrichten hatte auf der heimischen Couch und dachte mir so, boah, nee, das ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen zu früh, um da jetzt schon durchzudrehen und zu sagen, boah, das wird genau das Gleiche wie in der vergangenen Saison. Es kann ja sein, kann alles passieren, aber ich habe mich aktiv dagegen gewehrt, auch darauf einzustimmen, weil, wie gesagt, das war eine Halbzeit. Das ist auch das erste Pflichtspiel der Saison. Es ist die erste Runde DFB-Pokal, die man sowieso immer so ein bisschen ausklammert. Wenn gleich man jetzt sagen muss, Braunschweig ist halt auch einer der stärksten Gegner auf dem Papier zumindest, die du da hättest bekommen können. Also klar stolpert man auch gern mal über irgendwie einen Regionalligist. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass das ein Zweitliga-Aufsteiger ist, die jetzt vielleicht nicht gut in die Saison gestartet sind. Ich meine, die haben zwei Niederlagen aus zwei Spielen mitgenommen und auch einige Tore kassiert, die meisten von Schalke. Ja, muss man auch sagen, keine Ahnung. Ich kann halt jetzt nicht einschätzen, wie stark ist Schalke, wie schlecht ist Braunschweig. Das ist ja jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht seriös zu sagen. Aber alles in allem auf dem Papier ein relativ starker Gegner für so eine erste Runde. Deswegen dachte ich mir so, klar, das wird jetzt keine einfache Partie werden. Und man hat es auch gemerkt, die erste Halbzeit war so ein bisschen abtasten. In beide Richtungen funktioniert auch nicht so viel. Also man versucht es, aber irgendwie aufs Tor geschossen wird halt kaum. Natürlich, so ein bisschen eingeschläfert hat es auch. Ich saß da auch in der Halbzeit und dachte mir so, ja, das war es jetzt wohl, die erste Halbzeit in der Saison. Aber dafür wurde es dann ja in der zweiten besser. Beziehungsweise hat man dann ja auch gezeigt, was möglich ist, wenn man da mal so ein bisschen den Turbo zündet. Und das hat mir dann deutlich besser gefallen. Aber klar, die erste Halbzeit war so ein bisschen ernüchternd. So richtig außer Fassung hat es mich aber auch nicht gebracht, weil ich, glaube ich, schon vorher mich so ein bisschen gebremst habe und nicht allzu hohe Hoffnungen hatte auf diese erste DFB-Pokalrunde, weil es eben die erste DFB-Pokalrunde ist. Das ist ja am Ende so. Am Ende wäre man ja auch zufrieden gewesen, wenn die in der zweiten Halbzeit dann selbst irgendwie nur ein 1-0 hingewirkt hätten, weil du dann nach Hause fahren kannst und sagen, gut, Hauptsache weitergekommen. Man weiß ja, wie das in den ersten Runden sein kann. Also meine Güte, wahrscheinlich ist es einfach wirklich Expectation Management, zu sagen, ey, erste Runde Pokal in Braunschweig, wenn wir weiterkommen, ist alles gut und dann kann man immer noch schauen. Weil am Ende erste Pokalrunden und gerade auch Testspiele und so. Es fällt einem mittlerweile immer schwerer, sich dem zu entziehen, aber da wird immer ein Gewese gemacht, wo du dir denkst, ja, die Saison ist wahrscheinlich jetzt schon entschieden. Natürlich gibt es Dinge, wo man Angst haben kann, aber das ist mir in letzter Zeit auch so ein bisschen zu viel. Also meine Güte, die Eintracht hat es gut gemacht und dann, ich glaube, selbst in den erfolgreichsten Phasen, die wir in der Eintracht-Geschichte hatten und die sind ja jetzt in den letzten Jahren gewesen, da hattest du auch mal schlechte Halbzeiten. Also da muss man aufpassen, dass man nicht aus jeder Halbzeit und aus jeder Aktion sofort anfängt, elementare Dinge zu ziehen. Ich habe mir das verordnet und es hat auch geklappt, einigermaßen entspannt zu sein, zumindest am Anfang. Das heißt nicht, dass wenn es an gewissen Stellen so weitergeht oder wenn es eben nicht weitergeht, dass man dann nicht vielleicht auch irgendwie Sachen wieder kritisieren kann, aber aktuell bin ich noch, ja, ich will mich entspannen. Ja, aber wie Patricia auch richtig sagt, wir sind ja schon einfach noch früh in der Saison. Das war jetzt das erste Spiel, was wirklich unter Wettkampfbedingungen da war. Es war auch das erste unter eben diesen Bedingungen, wo du so die klare Startelf jetzt irgendwie mal gesehen hast. Da gab es schon viele Dinge, die positiv waren, aber du kannst jetzt ja nicht von 45 Minuten gegen einen, zumindest am Anfang auch noch sehr aktiven, sehr konzentriert spielenden, ernstzunehmenden Gegner, dann auch darüber urteilen, wie die komplette Saison oder irgendwas verläuft. Also das macht man ja an der Stelle auch wirklich, glaube ich, nur, weil sich da immer noch irgendwo in den Bäuchen der verschiedensten Eintracht-Fans so ein gewisser Unmut basierend auf der letzten Saison irgendwie befindet, weswegen man da jetzt irgendwie so reagiert. Realistisch ist da ja nichts. Ja, ich verstehe es ja auch, wenn man jetzt denkt, gut, es war jetzt Sommerpause, man hat vielleicht an manchen Dingen gearbeitet und dann siehst du eine erste Halbzeit, die dir so ein bisschen Flashbacks gibt, dass du dann ein bisschen Angst bekommst und denkst, boah, hat sich denn gar nichts geändert. Aber es ist, also für mich persönlich ist es jetzt noch zu früh, da jetzt große Schlüsse draus zu ziehen, wenngleich man natürlich kleinere Schlüsse ziehen kann. Also was hat vielleicht noch nicht so gut geklappt oder was kann man mitnehmen, was macht denn Hoffnung? Und das dann aber auch so auf die nächsten Spiele projizieren. Also was ich jetzt machen würde, ist einfach schauen, wie war es bei Braunschweig und was kann man daraus jetzt mitnehmen für das nächste Spiel in Dortmund. Aber viel weiter will ich da auch gar nicht drauf eingehen und sagen, boah, das bestimmt jetzt den Rhythmus dieser Saison, weil das wird auch nicht so sein. Ja, das definitiv. Ich fand aber schon, dass man in der ersten Hälfte auch durchaus einiges Positives gesehen hat. Also wir hatten es gerade eben ja schon kurz, die Eintracht hat mit tatsächlich einer Viererkette gespielt und ich fand, das hat sehr gut funktioniert. Du hattest ein gut funktionierendes zentrales Mittelfeld mit Larsson, Skiri und auch Götze, der sich aber ja auch immer wieder offensiv eingeschaltet hat und da ja auch einiges an Wegen gemacht hat. Ich fand in der ersten Hälfte schon Christensen auf der rechten Außenbahn super gut. Ja, man, der hat Bock gemacht, gell? Also für mich war das in der ersten Hälfte auch so ein Highlight in dem Sinne, dass man den mal jetzt komplett live gesehen hat und irgendwie gemerkt hat, okay, der hat auf jeden Fall Bock und das sehe ich dem auch an und der ist manchmal auch so ein bisschen drüber. Ich habe richtig Bock auf diesen Spieler bekommen. Ja, ja, ja. Weil er endlich auch mal wieder so ein bisschen in so einem Assi da ist. So, wo ich weiß, okay, let's go. Und der guckt nicht auf den Boden, wenn man mal irgendwie einen Tor kassiert oder so, sondern der bringt so ein bisschen den Spirit rein. Also ich finde den irgendwie cool. Ja, voll und ganz. Also der hat ein breites Kreuz. Ich glaube, der geht keiner Auseinandersetzung, auch nur im Entferntesten irgendwie aus dem Weg. Der hatte einen super Drang nach vorne. Dann auch immer wieder mal diese Doppelpässe, die er mit Götze dann da gespielt hat, waren auch gut. Also da hast du schon gemerkt, dass da im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir dann irgendwie eine starke linke Seite hatten und dann immer so ein bisschen Angst hatten, wenn der Ball da mal auf die rechte Seite irgendwie ging, dass das einfach sehr gut funktioniert hat. Und ja, Offensiv rein hat man gemerkt. Sie wollen, die kamen halt auch, glaube ich, in der ersten Hälfte schwer rein, weil man muss schon sagen, Braunschweig hat das auch extrem gut gemacht. Die haben hinten die Räume echt dicht gemacht, haben sehr schnell dann auch ein GTK und ein Mamouche mit zwei oder drei Spielern da irgendwie zugestellt. Also da war auch wenig Möglichkeiten irgendwie drin. Die waren da sehr konzentriert unterwegs. Ja, ich finde auch, wenn so ein Zweitligist mal anfängt zu verteidigen, dann hat das ja auch ein gewisses Niveau trotz allem. Das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, boah, da musst du trotzdem einfach durchrennen. Das wird nicht funktionieren. Und ich finde tatsächlich auch, dass es vielleicht ein ganz guter Test auf die eigene Liga war, weil ich glaube, so unterschiedlich wird das jetzt gar nicht sein. Also es gibt viele Vereine in der ersten Liga. Wir haben ja auch Aufsteiger natürlich wieder dabei, die vielleicht dann auch so ein bisschen auf erst mal defensive Stabilität achten werden und dann vielleicht Schlüsselspieler ausschalten wollen. Ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht da schon mal so einen kleinen Geschmack bekommen hat, was denn im Ligaalltag dann auch auf sie zukommen wird. So einfach taktisch gesehen vielleicht auch. Und wie man da jetzt am besten gegen vorgeht. Weil wir kennen es aus allen anderen Saisons auch. Es wird halt sehr selten Vereine geben, die dir mega viele Räume geben, die mitspielen. Und wenn, dann sind das die Vereine, die selbst auf relativ hohem Niveau Fußball spielen. Was es dann auch wiederum nicht leicht macht. Also ich glaube, es war für so eine erste Pokalrunde echt ein sehr guter Test schon mal. Also im Gegensatz zu anderen Pokalrunden, wo du halt eben oft gegen unterklassigere Gegner spielst. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und dann kam die zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, was Top Möller in der Halbzeit zu Hugo Eketike gesagt hat. Aber der hat dann angefangen aufzudrehen. Erst eine Außenrissflanke, die quasi punktgenau auf den Fuß von Chaibi fällt, der dann den Ball relativ unbekümmert über die Linie zum 0-1 schieben kann. Dann läuft er von kurz danach von rechts in den Strafraum, lässt glaube ich drei Braunschweiger stehen. Beim vierten kriegt er so ein bisschen Hilfe von Mamouche und zimmert das Ding dann einfach rotzfrech in die lange Ecke gegen die Laufrichtung vom Keeper. Dann hat er ja nochmal irgendwie das Ding, was er dann quasi so aus dem Lauf fast so ein bisschen Volley-Dropkick-mäßig dann da irgendwie reinbringt. Ich glaube, Larsson war es, der den Ball dann irgendwie mit der Schulter da nochmal irgendwie rein spielt. Also das waren erstklassige Tore, muss man sagen. Basti, welches von den dreien hat dir denn am besten gefallen? Mir hat der Außenrisspass am besten gefallen von Hugo Ecke-Tikee tatsächlich, also diese Vorlage. Und das schönste Tor für mich war das von Mortanowicz tatsächlich. Ein Standard-Tor? Ein simpel, einfach. Ganz normales Tor, ganz normal. So ohne Schnörkel, Mörkel und einfach ein ganz normales Tor, wo du genau weißt, Gott sei Dank hast du das jetzt im Werkzeugkasten scheinbar. Weil den Werkzeugkasten brauchst du ab und zu. So die Eintracht war ja in der vergangenen Saison in ein paar Highlight-Spielen echt auch stark. Also die Eintracht hat ja richtig gute Spiele an gewissen Stellen gemacht. Aber wenn so ein bisschen Graubrot-Zeit war und die wird gerade durch die Euroleague auch wiederkommen, also du wirst irgendwo im November zwischen zwei Europapokalspielen irgendwo spielen, wo es regnet und du keinen Bock hast und was weiß ich was, dann will ich diese Tore sehen. Das hatte die Eintracht lange nicht tatsächlich. Also gefährliche Standards und ja, Kopfballgefahr, sage ich mal. Deswegen fand ich dieses Tor, fand ich fast am geilsten. Auch wenn ich natürlich weiß, dass die Eintracht da bei allen Toren eigentlich eine Show abgezogen hat. Also du hast sie ja beschrieben. Der Außenrisspass, dieses Solo, dieser Lupfer. Geil. Also Hugo ist schneller auf Temperatur, als ich dachte, muss ich sagen. Ja, hast du richtig gemerkt, dass er Bock hat. Patricia, wie sieht es bei dir aus? Bist du von so einem Freistoß-Tor oder von einem Kopfball-Tor nach Freistoß auch so begeistert wie Basti? Ich war komplett zufrieden und geflasht nach dem ersten, auch wegen der Außenrissflanke. Das war mein Highlight-Tor schon des Spiels. Das war richtig schön. Ich war, ich glaube, ich saß wirklich so mit offenem Mund vor dem Fernseher und dachte mir so, boah, das war schon richtig geil. Aber die Standards haben mir auch ein bisschen Hoffnung gemacht, muss ich sagen. Weil auch, es gab ja auch ein paar Ecken, die nicht so schlecht kamen. Also, ich habe das Gefühl, es könnte besser werden, aber will mich da jetzt auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es war jetzt ein Standard-Tor, das ist vielleicht eins mehr als wir. Beziehungsweise, das ist schon irgendwie gefühlt genauso viel wie die ganze letzte Saison zusammen. Nicht ganz, aber gefühlt auf jeden Fall. Von daher, ja, das fand ich auch ganz gut. Also, ich finde, das war auch auffällig, dass die Standards auf jeden Fall besser kamen. Und ich hoffe, das zieht sich durch die Saison so weiter, weil, wie Basti gesagt hat, das kann ja auch ein enorm wichtiges Mittel werden in bestimmten Spielen. Ja, und weil du gerade Ecken ansprichst, wir hatten auch in der ersten Hälfte durchaus eine Chance nach einer Ecke, wo Koch sich gut durchsetzt und zum Kopfball kommt. Leider ein bisschen zu zentral und damit dann direkt auf den Keeper der Braunschweiger. Aber das war zumindest auch schon mal ein Aufblitzen in die Richtung. Ansonsten haben auch neben den schon angesprochenen Christensen als Neuverpflichtung auch andere Spieler noch Spielzeiten bekommen. Martanovic hatten wir gerade eben schon, der ja dann auch das Tor gemacht hat. Nathaniel Brown hat Spielzeit bekommen. Der kam dann für Nkunku. Heulund kam für Larsson. Und Usun kam dann auch für Ciaibi. Und ich fand auch Usun hat nochmal oder alle haben generell das Spiel dann auch nochmal belebt. Knauf kam ja dann auch noch für Kötze, der jetzt keine Neuverpflichtung ist, der aber ja auch einfach da nochmal so einen Drive reingebracht hat. Also ich fand, du hast gesehen, dass die ursprüngliche Startelf richtig Bock hat und auch irgendwie so richtig als Mannschaft agiert und sich auch richtig freut, da Tore zu schießen. Aber die, die jetzt dann aus der vermeintlich zweiten Reihe dann da reinkamen, haben dem auch in keinstem nachgestanden und waren auch motiviert, da nochmal irgendwie, ja, dem Spiel auch nochmal so ein bisschen ihren Stempel mit aufzudrücken. Auch das hat mich zumindest nochmal motiviert, auch gerade jetzt mit dann vielleicht gleich dem Blick auf die nächsten Spiele. Aber ich finde es einfach schön zu sehen, dass man das anscheinend geschafft hat, in dieser Vorbereitung da auch so ein Mannschaftsgefüge schon aufzubauen, trotz der vielen neuen Spieler, die dann da sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir eh nicht ging, Basti, oder? Ja, Heulund zum Beispiel hätte ich nicht so früh erwartet. Ich habe gedacht, das ist ein Spieler, der eventuell sogar nochmal verliehen wird. Und ich war froh, dass Usen dann nochmal reinkam, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass er vielleicht dann irgendwie irgendwo runtergefallen ist. Aber wenn er da auch schon in der Hierarchie auf so einem Level ist, fand ich das auch cool. Ja, im Endeffekt hat die zweite Halbzeit dann einfach Bock gemacht. Die Stimmung war geil, das Spiel war geil. Und du hast halt schon gesehen, dass der eine oder andere schon noch Überraschungen parat hat, wo du das Gefühl hast, okay, wenn das in irgendeiner Art und Weise zusammenwächst, kann das geil werden. Also es hat auf jeden Fall viel Fantasie übrig gelassen für das, was da noch kommen kann. Du hast wirklich, ehrlich gesagt, als Eintracht-Fan hast du fast schon zu viele interessante Spieler. Also normalerweise, weiß ich nicht, hatten wir Transferphasen, da hattest du irgendwie so zwei, drei Spieler, wo du dich richtig drauf gefreut hast. Jetzt sind es dadurch, dass diejenigen, die jetzt letzte Saison auch schon da waren, auch noch nicht so lange da waren. Also du hast ja sehr viele Spieler, die glaube ich erst 13, 14 Monate da sind, wo du halt auch noch mal Hoffnung hast, zum Beispiel bei JB, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Du hast unglaublich viele Players to watch. Fast schon zu viele. Weil du, ja, keine Ahnung, hast ja fast in jedem Mannschaftsteil irgendwie drei, vier Spieler, wo du Fantasien entwickeln kannst und wo noch Dinge kommen können. Und ja, alle, die du aufgeteilt hast, zähle ich dazu. Also es gibt fast keinen einzigen Spieler in diesem Kader, wo ich denken würde, ja, da weiß ich, was man bekommt. Sondern selbst Skiri zum Beispiel, bei dem kann man noch eine Leistungssteigerung erwarten. Bei Larsson wird es eine Entwicklung geben. Bei J.B., selbst bei Mammusch, der ist auch erst ein Jahr hier. Robin Koch ist auch erst ein Jahr hier. Der kann auch noch tiefer in dieses Konstrukt reinwachsen. Du hast mit Theater einen neuen Verteidiger geholt. Du hast mit den Kunku jemanden, der jetzt hoffentlich näher an die Startelf rückt und so weiter. Du hast mit Nene Brown jemanden, du hast mit Matanovic jemanden, du hast mit Heulund jemanden, du hast mit Usu, du hast so viele Spieler, auf die man sich freut. Das ist, ja, wie gesagt, das ist wie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Streamingdienst auswählst. Und auf einmal findest du nicht nichts, sondern irgendwie drei Serien, vier, fünf Serien, zwischen denen du dich nicht entscheiden kannst. Und so ein bisschen fühlt sich das an. Also da ist sehr, sehr viel los, sag ich mal. Ja, es ist aber auch, wie du sagst, dass die Spieler auch gefühlt so nah dran sind. Also dass auch die jungen Spieler, die jetzt gekommen sind, direkt Einsatzzeiten bekommen. Und das ist auch was, was ich Topmüller auch schon seit letzter Saison zugute halte, weil ich das Gefühl habe, dass er die jungen Spieler schon mitnimmt und denen auch, wenn möglich, Einsatzzeiten gewährt. Und ich finde es halt sau wichtig, dass du eben dich rantasten kannst, dich ausprobieren kannst, auch in der Stammmannschaft, in Bundesligaspielen, in DFB-Pokalspielen. Und ich glaube, der legt da schon Wert drauf, dass die eben nicht den Anschluss verlieren, dass die nah an der Mannschaft sind und dass man dann eben reagieren kann, wenn man merkt, boah, der eine ist vielleicht schon so weit und man hätte vielleicht gar nicht damit gerechnet. Oder der ist jetzt irgendwie, ja, der wird gebraucht und hat dann aber schon so ein bisschen Erfahrung. Und das finde ich ganz gut, weil man in der Vergangenheit ja oftmals doch das Gefühl hatte, dass dann diese jungen Talente geholt werden, aber nicht so richtig an der Mannschaft dran sind und man dann immer das Gefühl hatte, boah, vielleicht doch eine Laie. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es für ein paar Spieler dann mit einer Laie weitergeht, aber eben halt auch andere gibt, die vielleicht so nah wie möglich an der Mannschaft gehalten werden und die dann sich da auch weiterentwickeln können. Weil ich glaube auch nicht, dass jeder unbedingt diesen Zwischenschritt Laie braucht. Und das finde ich ganz gut. Also es hat mir jetzt auch schon gut gefallen, dass eben diese Zeit, die man hatte, selbst wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, aber dass du das Gefühl hast, hey, die sind da und die werden gesehen und die werden auch ausgetestet, so in bestimmten Szenarien, fand ich gut. Ja, das definitiv. Und das ist ja, wie du richtig beschrieben hast, immer so ein Punkt, wo man nie so richtig wusste, wenn dann so Spieler mit Potenzial verpflichtet wurden, aber so richtig man die dann auch irgendwie nie wahrgenommen hat, ich glaube, da ist auch das ein oder andere Potenzial dann so ein bisschen verloren gegangen auf dem Weg. Aber weil Bastian das gerade eben nochmal sagte, dass da ja auch viele Spieler dabei sind, die auch irgendwie jetzt erst seit gerade mal irgendwie zwölf, dreizehn Monaten bei der Eintracht sind. Ich habe gerade nochmal auf die Startaufstellung geguckt. Wir hatten exakt sogar nur drei Spieler in der Startaufstellung, die länger als 13 Monate bei der Eintracht waren oder sind. Das waren Götze, Tutor und Trapp. Alle anderen sind entweder diese Saison oder in der letzten Saison erst zur Eintracht gekommen. Ja, vielleicht begründet sich da auch dieses Gefühl, was ich hatte. Weil bei vielen Spielern war es ja auch in der Vergangenheit so, dass man die im ersten Jahr gar nicht so wahrgenommen hat und dann kamen die im zweiten, dritten. Also das war ja bei sehr, sehr vielen Spielern, die hier nachträglich wirklich zu Legenden geworden sind, der Fall, dass das nie im ersten Jahr alles gezündet hat. Das heißt, wenn ein Spieler in sein zweites Jahr geht, ist da ja auch nochmal viel mehr möglich. Und gefühlt hat es, wie du es gesagt hast, hast du dann sieben, acht Spieler auf dem Platz, wo du nicht weißt, wohin die Reise geht. Also es ist ja schon sehr interessant. Bei der Eintracht ist viel Bewegung. Das hat nicht nur Vorteile, finde ich auch, muss ich sagen. Aber was so diese, wie soll ich es nennen, was dieses Potenzialdenken, was man selber als Fan immer hat, betrifft, ist das halt schon ein Overload. Du hast bei jedem Spieler viel Fantasie, in welche Richtung es gehen könnte. Ja, und da zähle ich die Neuzugänge der letzten Saison auch dazu tatsächlich. Also, weil am Ende muss sich so ein Spieler auch vielleicht erst mal ein Jahr an den Profibereich gewöhnen, ein Jahr an die neue Liga gewöhnen, ein Jahr an die neue Mannschaft gewöhnen, ein Jahr an die neue Stadt gewöhnen, ein Jahr an den neuen Verein gewöhnen. Also ich habe da viele Spieler auch auf dem Zettel, wo ich denke, okay, mal gucken, was im zweiten Jahr passiert, da kann auch noch mehr kommen. Und bei Neuzugängen hast du ja sowieso immer diese verklärte Hoffnung, will ich sie fast nennen, wo du denkst, oh geil, der ist neu. So, oh geil, das ist wie mit Klamotten. So neue Klamotten sind immer erst mal die geilsten. Und bei manchen guckst du nur nach einem Jahr und denkst dir alle, warum habe ich mir denn das gekauft? So, also, ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall viel los. Und den negativen Aspekt, den ich angerissen habe, der hat halt damit zu tun, dass du halt, ja, wenige Gesichter noch hast, wo du sagst, okay, das ist Eintracht Frankfurt und das ist eine Verlässlichkeit und ich weiß, was der Spieler kann und was er macht. Das muss erst neu wachsen, aber es kann natürlich wachsen. So ein bisschen Reizüberflutung gerade. Finde ich schon, ich finde es schon. Ich habe letztens erst auf dem Fußball 2000 Kanal dieses Tor und die Vorlage von Kajo zum Beispiel gesehen, in Offenbach. Ja, hast du genau heute gesehen. Ja, genau, habe ich heute gesehen. Und da ist mir so klar geworden, als die Eintracht damals Kajo und Feningen geholt hat. Ja. Wie hype dich da war. Und es waren halt nur zwei. Ja. So, dann habe ich irgendwie bei beiden Spielern unglaubliche Euphorie und unglaubliche Fantasie gehabt und bei denen hat sie sich nicht bewahrheitet, aber die Vorfreude war auf jeden Fall da, weil das war was Besonderes. Die Eintracht hat zwei von diesen Spielern geholt und gefühlt hast du jetzt, wie gesagt, gefühlt hast du zehn von denen. Wo ich gar nicht mehr hinterherkomme, mit mich auf diesen Spieler einzulassen und ja, so Fantasien zu entwickeln, weil es echt viele, viele, viele sind. Und da würde ich auch Baoya, ehrlich gesagt, dazu zählen. Das ist so ein Spieler, bei dem wird sehr wenig geredet, auf den habe ich unglaublichen Bock. Weil das halt jemand ist, der Eins-zu-eins-Situationen irgendwie auflösen kann. Ja, wie gesagt, dann will ich die Entwicklung von Usu, bin ich sehr gespannt. Ich bin gespannt, was Matanovic macht, ich bin gespannt, was Etikite macht, was J.B. macht. Skiri, wie Larsson, ob sie zusammenwachsen können, ob Götze nochmal, also bei jedem Spieler ist man irgendwie gespannt. Ja, ja. Also für mich trifft wirklich dieses Wort, Reizüberflutung ist gerade irgendwie am besten. Es sind so viele Spieler dabei, sowohl die, die in der letzten Saison kamen, wo man jetzt irgendwie, wie du gerade eben so richtig beschrieben hast, gespannt ist, was da jetzt in der zweiten Saison geht, als auch irgendwie von den neuen. Gefühlt, ich glaube, dein Beispiel mit den Klamotten passt irgendwie ganz gut, so ähnlich wie man, wenn man sich drei Pullis gekauft hat, irgendwie gefühlt alle 20 Minuten umziehen will, weil man irgendwie dann doch irgendwie Bock hat, den anderen Pulli zu tragen. Geht es mir gerade irgendwie mit der Aufstellung, wenn ich Trainer wäre, ich würde wahrscheinlich im Spiel 15 mal komplett einfach wechseln, weil ich einfach so viele Möglichkeiten und Konstellationen da habe, die man alle sehen, ausprobieren, erleben will. Das ist halt schon einfach Wahnsinn. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann weiter geht und wie der ein oder andere, der jetzt schon da war, dann noch weitere Entwicklungsschritte macht. Vor allen Dingen jetzt auch gerade die Innenverteidigung, wie es da jetzt dann weitergeht, finde ich auch super spannend und das bedeutet aber auch über kurz oder lang, dass der ein oder andere in diesem relativ großen Kader mit, was haben wir, 33, 34 Spielern, am Ende des Tages trotz Dreifachbelastung so ein bisschen auf der Strecke bleiben wird. Ja. Das ist leider auch das Anteil des. Ja, es ist es. Dadurch, dass die Eintracht diesen Entwicklungsschritt gemacht hat und in der Lage ist tatsächlich so, gefühlt vier, fünf von so zehn Millionen, Talenten zu holen, ja, dann ist halt der Player-to-Watch-Fokus auch so ein bisschen verteilt. Man kann sehr gespannt sein, welche Entwicklungen, das werden nicht alle funktionieren. Einer wird komplett durchstarten. Also es ist sehr viel, viel, viel Spannendes, was da passieren kann. Ich glaube auch, es kann ein bisschen frustrierend werden, vor allem so als Fan, weil man irgendwie denkt, boah, den habe ich noch gar nicht gesehen, weil ja irgendjemand auch weniger Chancen bekommen wird als ein anderer, was sich ja dann meistens irgendwie aus dem Training, aus den Gesprächen ergibt und so. Und das bekommen wir aber ja alles nicht mit. Also wir haben ja keine Ahnung, wie macht er sich im Training, wie verhält er sich, wie passt er in diese Mannschaft, hat er vielleicht irgendwie, wie matchen die auch auf dem Platz? Also du musst ja auch mit deinen Mitspielern irgendwie gut klarkommen, gut zusammenspielen können. Und das sind ja alles Faktoren, die im Endeffekt dann auch entscheiden, wer bekommt vielleicht eher eine Chance und wer nicht. Und man sitzt aber dann oft zu Hause und denkt sich, oh, den habe ich noch gar nicht gesehen und ich würde den so gerne mal sehen. Warum bekommt der denn keine Chance? Und ich glaube, davon werden wir auch viel haben diese Saison, weil es halt eben so viele Spieler gibt, auf die wir jetzt alle erst mal hyped sind und denken, boah, den will ich unbedingt sehen. Und ich glaube nicht, dass wir alle gleichermaßen sehen werden. Das wird halt auch einfach nicht gehen im Liga-Alltag. Aber ja, ich bin voll gespannt, wer es denn am Ende wird. Also wer sich so herauskristallisiert, wer an der Mannschaft dranbleibt und wer dann vielleicht auch eher so auf der Strecke bleibt. Ja, das ist richtig und das kann natürlich auch bedeuten, dass sich viele von den Neuen jetzt durchsetzen und dann dafür Spieler, die schon etwas länger da sind, dann vielleicht genau auf diesem Abstellgleis irgendwie landen. Aber auch das wird sich dann jetzt irgendwie in der nächsten Zeit zeigen. Habt ihr noch was zu dem DFB-Pokal-Spiel gegen Braunschweig, was ihr hier besprechen wollen würdet? Nee, am Ende ist es Hauptsache weiter. Also all das, was wir hier lobend erwähnt haben, braucht man dann im gegenteiligen Sinn auch nicht überbewerten. Genau wie die erste Halbzeit nicht, muss man die zweite jetzt auch nicht so überbewerten, dass man sagt, ja, let's go, die andere wird deutscher Meister. Sondern am Ende ist dann das 3 und 4-0 gegen Braunschweig dann vielleicht auch nicht mehr die härteste Prüfung. Deswegen muss man das richtig einordnen, was da passiert ist. Die andere ist souverän weitergekommen. Hinten raus, hat gute Ansätze an gewissen Stellen gezeigt. Aber am Ende, ja, genauso wie kein Drama gewesen wäre, wenn du da ausscheidest für die komplette Saison, ist es auch kein Fingerzeig, dass jetzt alles in die richtige Richtung geht. Also Pokal, erste Runde, weiterkommen, gib ihm jetzt, fängt Bundesliga an. Ja, und bislang war der Pokal generell, was die Bundesligisten angeht, mit wenig Überraschungen gesegnet. Ja. Das bedeutet aber auch, dass das letzte Wochenende im August oder so, rund um das, wird relativ spannend. Wir haben an dem Wochenende Auslosung, Europa League, wir haben Transferfensterschluss, wir haben das erste Heimspiel und am 1. September, das ist der Sonntag, findet dann auch die Auslosung für die zweite DFB-Pokalrunde statt. Also einiges an Terminen, die ihr euch in euren Kalender schreiben müsst. Was ihr euch mit Sicherheit nicht mehr in den Kalender schreiben müsst, ist das erste Bundesligaspiel der Eintracht. Wir spielen am Samstagabend 18.30 Uhr und somit im Topspiel gegen den BVB auswärts, hatte ich glaube ich schon gesagt. Der BVB mit neuem Trainer, neuem Trainerteam und auch mit, ich glaube so, exakt den Verstärkungen, die sie haben wollten, haben wollen. Sie haben Anton neu in der Innenverteidigung, sie haben Pascal Groß im zentralen Mittelfeld, den wir ja hier auch schon mal auf der Liste hatten. Sie haben Gürassi im Sturm, der glaube ich aktuell noch verletzt ist und sie haben jetzt zuletzt noch mal bei der bei der TSG aus Hoffenheim noch mal so ein bisschen, ja, kann man das Leichenflitterrei nennen? Ich glaube schon fast. Haben sie noch Bayer verpflichtet. Also ordentlich verstärkt, haben ja auch ihre erste DFB-Pokalrunde zwar nur gegen Regionalligisten, aber auch da relativ souverän gemeistert. Das wird auf jeden Fall ein anderer Schnack als jetzt gegen Braunschweig. Mit welcher Erwartungshaltung oder mit welchem Gefühl gehst du denn in dieses Spiel am Samstag, Patricia? Ja, ach, gar nicht gefühlt. Also ich habe gefühlt keine Erwartungen, weil das ist jetzt, es ist halt so dieses erste Bundesligaspiel, das ist immer so, puh, keine Ahnung, irgendwie ist ja noch gar keiner richtig gestartet und gleichzeitig macht mir das immer Hoffnung, wenn man da einen vermeintlich stärkeren Gegner hat, dass man da vielleicht noch so erste Unsicherheiten abgreifen kann und doch noch schnell einen Sieg mitnehmen kann, den man vielleicht später in der Saison zumindest schwerer ergattern könnte. Das ist, glaube ich, jedes Jahr, wenn wir ein relativ starkes Auftaktprogramm haben, so ein bisschen meine Hoffnung. Gleichzeitig ist es halt sauschwer zu bewerten. Klar, man weiß, Dortmund wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr eine der Top-Mannschaften sein und ja, die Eintracht ist aber auch nicht zu unterschätzen. Viel mehr kann ich da nicht sagen. Also ich habe keine Ahnung, wo wer steht und wie das Spiel wird. Deswegen bin ich mal gespannt auf den ersten Test, aber ich versuche da einfach hoffnungsvoll reinzugehen und zu sagen, hey, die sind halt auch genauso wenig in die Saison gestartet wie die Eintracht. Wer sagt, dass sich da alles schon eingespielt hat? Du hast es ja gesagt, es gab personelle Veränderungen, vor allem auch auf der Trainerposition. Das muss sich vielleicht auch erst finden und einspielen. Vielleicht klappt es natürlich auch von Anfang an, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird da immer noch Momente geben, wo man sagt, ja, das hat sich vielleicht noch nicht eingespielt oder da ist noch nicht alles klar und das kann man vielleicht nutzen. Keine Ahnung, mal schauen. Kommt ja natürlich dann auch drauf an, wie weit die Eintracht ist. Aber da der Vorteil, wir haben ja nicht so viele Spieler verloren und wir haben auch zumindest immer noch den gleichen Trainer, was in dem Sinne dann ja erst mal gut ist, weil du ein bisschen Kontinuität hast und viele sich vielleicht schon kennen. Andererseits, wie du gesagt hast, die allermeisten Spieler sind auch bei der Eintracht noch recht neu, selbst die die letzte Saison schon da waren. Aber immerhin, so ein gewisses Gerüst hast du trotzdem. Von daher bin ich gespannt, wie sich das dann auf dem Feld zeigen wird. Ja, im Endeffekt hat Patrizia die die wichtigsten Sachen schon angesprochen. Ich kann da gar nicht mehr viel ergänzen, weil man weiß es nicht. Bei Dortmund kann ich mir auch noch alles vorstellen. Also die haben viele für sie untypische Gegenwartstransfers getätigt, wo du das Gefühl hast, okay, diese Geschichte, ich mache Bellingham irgendwie teurer und verkaufe ihn dann, ist jetzt nicht mehr komplett da, sondern die haben jetzt halt mit Gerasi und Anton zwei Leute geholt, die jetzt schon ein bisschen älter sind, in Anführungszeichen, die halt sofort helfen sollen. Die haben Trainer gewechselt, auf der Führungsebene passieren Änderungen. Ich habe keine Ahnung, welcher BVB das sein wird, weil der BVB in den letzten Jahren auch, glaube ich, selber nicht wusste, in welche Richtung geht das. Woher soll ich das wissen? Ich kann es gar nicht einschätzen bei Dortmund. Ich kann mir da wirklich viel vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das komplett in die Hose geht, sodass die wieder typische BVB-Transfers auch gemacht haben im Sinne von Geld verbraten für Spieler, die eigentlich auf ihrem Peak schon waren und da jetzt nicht mehr viel kommt, du aber trotzdem viel Geld und Gehalt dafür ausgegeben hast, kann ich mir auch vorstellen. Das kann natürlich aber auch funktionieren. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich gut, dass man am Anfang gegen die spielt. Mal gucken. Also fahr einfach dahin. Die werden auch noch nicht zu 100 Prozent eingespielt sein. Überleg dir irgendwie eine schlaue Taktik, die du die vielleicht ärgern kannst, weil das Spiel werden die machen müssen. Da kannst du dich ganz einfach vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückziehen, weil du noch nicht diese Prüfung hast gegen einen sehr tief stehenden Gegner wieder zu spielen in der Bundesliga, was danach noch oft genug kommen wird. Du wirst ein bisschen Platz kriegen, du hast schnelle Spieler. Kalkulier das ein und check einfach. Also ich fahr da jetzt nicht hin, wie normalerweise nach Dortmund, wo du denkst, ja gut, irgendwann wird es hier 2-0 stehen, Marco Reus schießt dann noch einen Elfmeter und dann fahren wir wieder nach Hause. Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe schon die Fantasie, dass die Eintracht die ärgern kann und plötzlich steht es 1-2 für die Eintracht und dann, dann, ja, guckt mal was, also am Ende da geht was. Ich habe irgendwie merkwürdigerweise auch vor dem Braunschweig-Spiel jetzt wieder, ich habe das Gefühl, da geht was. Wenn ich ganz ehrlich bin und das Pessimismus wegmache, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was gehen kann in Dortmund. Dass die Eintracht die Mittel hat, dass die Eintracht die Schnelligkeit hat und die Eintracht auch an gewissen Stellen die Technik klug zu spielen und das musst du da machen. Du musst halt da, anders als beim letzten Auftritt dort, du musst halt, wenn du dort spielst, das hält sich platt an, aber du musst dann diese Tore schießen. Du hast nicht, wie in vielen Spielen, dann irgendwie nochmal dreieinhalb Chancen und hier nochmal. Nein, Digga, nutzt deine Chance, wenn du irgendwie eine hast, dann führst du vielleicht und dann kannst du immer noch gucken, was passiert, aber die Eintracht muss da eiskalt sein und das ist doch eigentlich ein guter Auftakt, weil keiner erwartet groß was, wenn die Eintracht da 2-0 verliert und wir fahren nach Hause, wird es hoffentlich keine Unruhe geben, weil, meine Güte, deswegen, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein gutes Gefühl und ich weiß gar nicht genau, warum. Ja, ich kann das aber schon nachvollziehen, auch wie du es beschrieben hast, dass du sagst, man weiß auch oder, man weiß noch nicht so richtig, welcher BVB das ist und man hat auch so das Gefühl, sie selbst wissen es auch noch nicht ganz, sie haben Gegenwartstransfers, finde ich, beschreibt sehr gut, irgendwie so ein bisschen da ihre Strategie geändert, was einem auf der einen Seite, wenn man jetzt mal auf die Liga guckt, Hoffnung macht, dass der BVB vielleicht dann wieder mehr in diese, in diese Meisterschaftsgeschichte dann mit reinsteigt, weil sie eben nicht nur auf, wir geben irgendwie einen Haufen Geld für Potenzialspieler aus, die es am Ende des Tages dann irgendwie nicht sind, steckt, aber es kommt halt jetzt wirklich drauf an, also man ist so ein Stück weit irgendwie auf Augenhöhe, man hat, beide Seiten haben das gleiche Werkzeug und die spannende Frage ist halt nur, wer ist gerade schon, weiter als der andere, was die Bedienung dieses Werkzeugs angeht und da habe ich so ein bisschen auch die Hoffnung, weil, wie Patricia gesagt hat, wir zumindest auf der Trainerseite da wenig Veränderungen hatten, weil wir einfach Spieler da haben, die im letzten Jahr schon da waren, dass das ein bisschen besser funktioniert als auf der Seite des BVB. Das wäre ehrlich gesagt auch ein geiles Zeichen, mal ein bisschen zu übertreiben, in dem Sinne, dass du da einfach sehr selbstbewusst auftrittst und so ein bisschen diese Zweifel, die trotzdem jeder noch in den Klamotten hat von letzter Saison, einfach progressiv abschüttelst, einfach proaktiv, einfach da hingehst und sagst, was geht ab, Alter, dass man das auf dem Platz auch so ein bisschen sieht und wir haben Christensen ja vorhin angesprochen beim Braunschweig-Spiel, ja, dem traue ich zu, dass der sich nicht einschüchtern lässt von Dortmund, dass die da hinfahren und sagen, was geht ab, Alter, ihr könnt auch kicken und Eketike hat auch in München schon gezeigt, dass er aus, ja, Situationen außerhalb des Sechzehners ein Tor schießen kann, man muss das schnell, du hast mit J.B. jemanden, der auch von außerhalb des Sechzehners schießen kann, du hast mit Mario Götzchen erfahrenen Spieler, der das auch da alles kennt und so, also ganz im Ernst, red die es halt, von mir aus redet es die ein, ob es klappt oder nicht, ist egal, aber irgendwie habe ich Bock, dass man der Eintracht ansieht, dass die da Bock haben und dass die irgendwie, keine Ahnung, einfach zuversichtlicher sind, das ist so ein bisschen dieser Wunsch, den ich die ganze Saison mir wünsche, einfach eine Zuversicht ausstrahlen und nicht irgendwie mit hängenden Köpfen in Köln stehen und 2-0 zurückliegen, sondern, yo, selbst wenn es nicht klappt, let's go, so ein bisschen Bord-Hang-Vibes wieder, so einfach, come on, Eintracht Frankfurt und wir zweifeln alle und ist der Trainer der Richtige und die Spieler sind so jung und die können alle kicken, gewinnen einfach den scheiß Dortmund, weil unfassbar unmöglich ist es jetzt auch nicht, so ein bisschen das zu spüren auf dem Platz, dass die Eintracht sich da nicht in die Hose macht, das wäre mir das Wichtigste. Ja, und wie du richtig gesagt hast, da ist es wahrscheinlich auch wirklich gut, dass wir jetzt aufeinander treffen, wo keiner noch so richtig weiß, wo es ist und nicht irgendwie am 15. Spieltag, wo dann du schon irgendwie weißt, was dann da einfach auf dich zukommt und was das System ist und so weiter. Apropos System, kommt man natürlich zu der Frage der Aufstellung, wie würdet ihr denn aufstellen? Also Braunschweig war ja so ein 4-2-1-3, 4-3-3, je nachdem, wie man das sehen will, würdet ihr ähnlich oder sogar vielleicht gleich aufstellen oder wo würdet ihr verändern? Patricia, du bist doch hier Fachfrau für Aufstellungsfragen. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ehrlich gesagt, würde ich nicht so viel ändern. Ich frage mich halt nur, was machen wir jetzt mit Theat, der ist jetzt neu, der ist jetzt dieser Innenverteidiger-Ersatz für Paco, habe aber gleichzeitig, es fängt bei mir schon beim ersten Spieltag an, dass ich mich so frage, boah, aber wen soll man jetzt rausnehmen, dann wäre es ja Tutor eigentlich, aber hat er sich jetzt so viel zu Schulden kommen lassen, dass man ihn jetzt eben einfach rausnimmt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist Theat jetzt schon lang genug da, um sich bewiesen zu haben, dass er eben diesen Startplatz verdient hat? Keine Ahnung, der konnte sich ja jetzt im Training wahrscheinlich noch nicht so viel durchsetzen, weil so lang ist er jetzt auch noch nicht da. Von daher tendiere ich schon dazu, gerade irgendwie einfach alles so zu lassen, wie es war in Braunschweig, eben weil ich mir denke, keine Ahnung, du musst ja jetzt auch erst mal an den Stammspielern vorbeikommen und eigentlich war Tutor ja auch ein Stammspieler, weil wir ja oft diese Dreierkette gespielt haben. Ja, aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt, weil ich habe jetzt erst mal nicht allzu große Änderungswünsche aktuell. Training gab es, glaube ich, sowieso irgendwie gar keins, wenn ich das richtig gesehen habe, dann gab es gestern Regenerationstraining beziehungsweise für die, die nicht gespielt haben, Spieleersatztraining. Heute war Trainings frei, morgen ist Spielvorbereitung und Freitag ist ja dann schon Anreise nach Dortmund. Also beweisen im Training ja null bis gar nichts. Ja, und dann ist er eben halt auch noch nicht so eingespielt mit den ganzen, also er kennt jetzt Koch noch nicht, man hat da noch nicht so die Abstimmung, deswegen habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen, aber bin gespannt, was ihr sagt. Basti, was sagst du denn? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich bei der Viererkette bleiben würde, weil ich so das Gefühl habe, diese Fünferkette ist für die Kontersituation schon vielleicht an der einen oder anderen Stelle geeigneter und auch für die defensive Stabilität. Also ich persönlich würde mit Fünferkette tatsächlich spielen, mit schnellen Außen und ich würde vielleicht tatsächlich Theater reinschmeißen und sagen, wie spielen da hinten eine Dreierkette? Mit Christensen als rechten Innenverteidiger kochen in der Mitte und der hat links den Kunko, rechts würde ich tatsächlich Knauf stellen, weil den sehe ich irgendwie in der Startelf in Dortmund, weil der ist halt derjenige, der presst gut. Also wenn du nicht den Ball hast, ist der ein wichtiger Spieler und wenn du kontern willst, ist er auch ein wichtiger Spieler. Ich sehe den in Heimspielen, sehe ich den Knauf manchmal kritischer, weil ich das Gefühl habe, auf engem Raum, er ist ja vielleicht mit dem Ball nicht so sicher. Aber für so ein Auswärtsspiel, wo du vielleicht ein bisschen Schnelligkeit brauchst und ein bisschen Geiligkeit, ich sehe Knauf ehrlich gesagt in dem Spiel, auch wenn ich natürlich nicht weiß, wie fit der ist. Ja. Ja und vorne würde ich mit Mammuschen Etiketé spielen und wahrscheinlich, ja dann, siehst du, das fängt jetzt schon an, keine Ahnung. Dann, nach meiner Logik müsste ich jetzt Götze rausnehmen und das kann ich irgendwie auch nicht und Larsson will ich aber auch nicht rausnehmen und Skiri auch nicht, bringen. Ich glaube, Larsson und Skiri musst du schon, also Larsson auf jeden Fall, Skiri hat jetzt ja eigentlich gegen Braunschweig schon gezeigt, dass er wieder so formtechnisch da besser unterwegs ist und Götze so weit hinten, ich fand schon, dass er gegen Braunschweig da vorne eigentlich eher besser funktioniert hat. Dann wäre er wahrscheinlich logischerweise derjenige, der dann so ein Stück weit auf der Strecke bleibt, Ja, ehrlich gesagt, ist es auch mein erster Streich-Kandidat, wenn, also, weil ich finde, dass, also ich erwarte mir so ein bisschen mehr immer noch von ihm, ehrlich gesagt, also, ich weiß, ich finde, er ist gut gestartet in Frankfurt, hat er auch oft diese, tatsächlich diese Situation, wo du sagst, ja, das sind halt die Situationen, die nicht so zählbar sind, aber die sau wichtig sind, der macht viel Arbeit und so weiter und so fort, der passt vor dem Pass, vor dem Schuss, so, aber ich finde, das hat in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt und allein deswegen wäre er für mich der erste Streich-Kandidat, wenn man hinten noch jemanden dazu nimmt, irgendwie, weil ich Skiri Larsson dieses, dieses Doppelding ganz gut finde, ehrlich gesagt, das hat auch früher gut funktioniert und von Skiri, Skiri ist auch so ein Kandidat, wo ich noch so ein bisschen Erwartungen habe, dass der noch eine Schippe drauflegt, dass da noch mehr kommen kann, aber ich glaube, die würde ich zusammenlassen und JB ist für mich gesetzt, genauso wie Ekitike und Mamouche, deswegen ist das irgendwie, fällt da Götze so ein bisschen raus, leider. Also bei mir rutscht Götze jetzt vor und JB geht raus. Ne, den nehme ich nicht raus. Am Ende, ja, aber am Ende ist das, was wir nach dem Braunschweig-Spiel angesprochen haben, genau der Fall jetzt auch bei diesen Aufstellungen. Du hast schon sehr viele Möglichkeiten. Du hast jetzt irgendwie das Gefühl, es gibt zwei mögliche Systeme, in denen die Eintracht spielt und es gibt echt so, weiß ich nicht, 15, 16 Spieler, die alle Start-Left-Potenzial haben. Ja. Ich bin gespannt, was er macht. Ich meine, jetzt hat ja jeder so ein bisschen seine Aufstellung gemacht, aber es ist nicht mehr so, dass man die Aufstellung irgendwie fast safe sagen kann, sondern der wird auch noch taktische Überlegungen haben. Es werden Spieler fit oder nicht fit sein, keine Ahnung. Also es ist unglaublich viel möglich tatsächlich, aber es gibt halt trotzdem Fixpunkte, die haben wir, glaube ich, genannt. Ja. Was ja auch gut ist. Also im Endeffekt, wenn du bedenkst, klar, jetzt ist es so Qual der Wahl und ach, was macht man, aber es ist auch so ein Luxusproblem, weil es gibt auch andere Zeiten und es werden auch sicherlich andere Zeiten kommen, wenn dann irgendjemand verletzt ist, wenn dann irgendjemand eine Pause braucht, weil irgendwie Dreifachbelastung. Später in der Saison wird das mega nützlich sein und vielleicht kristallisiert sich dann ja auch so heraus, wer ist irgendwie in Form und wer nicht so und dann macht es das Ganze ein bisschen einfacher, aber jetzt am Anfang ist es, finde ich, enorm schwer, weil irgendwie sind alle fit und irgendwie haben alle so ihre Stärken und du musst das irgendwie zusammenbasteln, dass es auf den Gegner passt, aber auch das ist am Anfang der Saison schwer, weil du weißt ja auch noch nicht, was macht der Gegner, wie spielt der typischerweise, weil du hast ihn halt noch nicht gesehen in dieser Saison. Ja, ja, super, super spannend, ich könnte hier irgendwie noch fünf weitere Aufstellungen irgendwie gefühlt basteln und am Ende Ja, du hast halt die Möglichkeiten, du hast halt genau diese Möglichkeiten zu überlegen, okay, wir haben halt auch dann vielleicht wirklich Situationsspieler, wo man sagt, okay, heute ist das die Takt, da brauche ich die Schnelligkeit da, bei dem anderen brauche ich in dem Spiel die Pressingresistenz oder die Ballsicherheit und so weiter und so weiter, so. Ja, ich bin sehr, ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt, dass wir in der selben Aufstellung spielen, ich glaube schon, dass diese Aufstellung, wie soll ich sagen, eine offensive Variante war, kann mir schon vorstellen, dass der da in Dortmund einen Gang rausnimmt. Wie dieser Gang dann sich in der Aufstellung zeigt, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen weniger Offensivspiele auf dem Platz haben werden. Was für ein Auswärtsspiel in Dortmund sicherlich auch Sinn ergeben würde. Klar. Ja, es ist zum einen Auswärtsspiel in Dortmund, zum anderen eben die von uns auch schon mehrfach erwähnte Unsicherheit, dass du noch nicht so 100% auch weißt, wie der Gegner einzuschätzen ist, weil du sie noch nicht im Wettbewerb irgendwie gesehen hast und mit Sicherheit ist da auch deren DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten jetzt auch nicht der Maßstab, an dem du jetzt 100% festmachen kannst, wie die da jetzt unterwegs sind. Und man muss es halt auch sagen, wir haben halt auch keine eingespielte Abwehr. Punkt. Ja. Da ist mit Pacho halt schon jemand rausgerissen worden und der ist noch nicht so lange ersetzt worden. und so, ich weiß, die Eintracht will das nicht hören und ich meine, der Umbruch ist ja auch noch aktuell nicht so groß ausgefallen, wie man es befürchten konnte, aber du hast schon einen Ankerspieler verloren und du hast die Abwehr, die da spielt, die ist mit Sicherheit nicht eingespielt. Da musst du halt Lösungen finden. Wie wir es ja gerade eben schon skizziert haben, die hatten jetzt im Training wenig Möglichkeit, da wirklich mal so ein bisschen Abläufe irgendwie aufzubauen und selbst wenn du sagst, okay, ein Theater spielt noch nicht, du lässt halt da wieder einen Tutor spielen, ist das für den auch immer noch irgendeine andere Position. Also es läuft halt dann da auch noch nicht rund. Ja, Tutor zum Beispiel hat ja die ganze Vorbereitung gefühlt, auf der 6 gespielt, wurde auch irgendwie da ein bisschen offensiver beworben in der Öffentlichkeit, dann spielt er wieder Innenverteidigung. Also schauen wir mal. Ich glaube, das muss die Eintracht mit einrechnen, dass da noch kein bestehendes Konstrukt ist. Das lässt bei uns bei der Aufstellung viel Fantasie übrig, aber ja, es hat immer zwei Seiten. Also es ist auch schade, dass wir nicht genau wissen, mit welcher Abwehr die da spielen, weil die so eingespielt und klar ist, das wäre auch geil. Aber es ist, wie es ist gerade und ja, da muss die Eintracht trotzdem irgendwie managen. Kann sie auch. Also es ist nicht so, dass man jetzt schon die Ausreden in den Schubladen legen kann. Ja, es dauert alles, bla bla, ja, Digga, nee. Hat man letzte Saison vielleicht einmal zu viel gesagt. Du fährst jetzt nach Dortmund, da gibt es drei Punkte zu vergeben. Du hast mit Sicherheit irgendwelche Schwierigkeiten, aber let's go. Geht schon. Was bedeutet denn, geht schon in Ergebnistipp, Basti? Ich gucke mal, vielleicht ist dieses Jahr das Jahr, in dem ich meinen Präventiv-Pessimismus im Eintracht-Podcast über Bord werfe. Mal gucken, was das bedeutet. Das war ja eigentlich die letzten Jahre sehr erfolgreich, aber ich kann nur das tippen, was ich fühle. Ich glaube wirklich, dass die Eintracht da 3-1 gewinnt. Okay. Patricia? 3-1 ist eine Ansage, aber ich würde auch mit dem Sieg mitgehen, weil wenn nicht, jetzt wann dann? Und würde eine 2-1-Tipp abgeben mit so einem schönen späten Tor, dass du echt so denkst, boah, 1-1 und dich schon so ein bisschen damit abgefunden hast, dass du sagst, ah ja, gut, für einen Start gegen Dortmund vielleicht nicht schlecht und dann fällt noch das 2-1 und du gewinnst. Wäre ein schöner Start, hätte ich richtig Bock drauf. Ich sage auch 2-1. Das war auch irgendwie so das, was sich bei mir als erstes irgendwie im Kopf durchgesetzt hat und ich würde auch sagen, Eketike macht einfach weiter und macht auf jeden Fall auch wieder ein Tor und es gibt auch wieder ein Tor nach dem Standard. Ich glaube, diesmal ist es Christensen, der das Ding einfach mit, keine Ahnung, Urgewalt in einer der letzten Spielminuten dann da über die Linie drückt. Da habe ich, egal ob es jetzt in Dortmund klappt oder nicht, bei dem habe ich wirklich Bock, dass der irgendwann mal so einen späten Siegtreffer macht. Ja, also entweder Kopfball oder einfach so mit voller Überzeugung, Wucht und Wille aus 25 Metern brachial den Torwart quasi mit über die Linie schießt. Ja, ich habe auch Bock, dass der da, also ich glaube, der würde wissen, wie man so ein Tor zelebriert. Ich glaube, der ist ein Typ für späte Siegtreffer. Egal, wird nicht so oft passieren, weil seine Position weiter hinten ist, aber ich sehe den auf jeden Fall irgendwo auf der Welt oder in Deutschland auf mich zurennen auf den Auswärtsblock und rasset völlig aus. Da kannst du das Stadion danach aber sanieren, das sage ich dir. Ich habe Bock drauf. Ja, ich fühle mich komplett. Ein spätes Tor von Christensen haben. Ja. Das ist meine Hoffnung für die Gänse. Das ist der, das ist deine Bucketlist für diese Saison, einen späten Siegtreffer von Christensen. Das ist mein erster Wunsch, den ich hier aufschreibe. Packen wir, packen wir auf die Wunschliste. Wir können ja mal ein bisschen sammeln über die nächsten Spieltage und dann schicken wir das mal an, an die Mannschaft mal gucken, ob das was bringt. Yes, sir. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir es dann auch für diese Sendung soweit fertig. Wir haben die ersten Pflichtspiele besprochen. Wir haben die ersten Punkte besprochen und Basti ist schon fast ein bisschen beängstigend positiv und motiviert. Ich muss jetzt mal gucken, was das mit mir macht und dann sprechen wir in der nächsten Woche hoffentlich dann darüber mit hoffentlich Toren und Punkten, die wir aus Dortmund entführt haben und dann gucken wir weiter nach vorne. Dann kommt ja auch schon, wie vorhin gesagt, mit großen Schritten die Auslosung der UEFA Euro-League. Dann können wir vielleicht in der nächsten Woche auch mal besprechen, wie das denn nochmal mit dieser Liga-Phase ist und welche Mannschaften es vielleicht dann auch gibt, auf die wir da irgendwie Bock hätten, wenn es dann um Auslosung und so weiter geht. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Hey, 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 es kann am Frankfurt. Hey, 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 es kann am Frankfurt. Ich kann am Frankfurt. Ich kann am Frankfurt. Ich kann am Frankfurt. 댓 continually structural wenigstens am absolutely latency vorher als Mister